hallo hallo Tacher hat der Abschluss hier und jeder der Ulo und so hoch ich sag mal Julio egal Unterlieferung Prozent in der letzten Folge waren wir dabei stehen geblieben dass wir Dankesagungen machen und wir gehen mal erst zu unserem Haus zurück, wir haben ja jetzt erst mal bisher war's ich glaub ich muss grad mal kurz weg äh äh was hast du husten? nein, ach nix, egal, passt schon okay, passt schon ähm ja, Dankesagungen machen wir ja, wegen Dings, also wegen Obama-Taxi und der eine, der gesagt hat dass da, dass das so wegen Spieltrieb und so, weiß ja, dann hab ich hier noch ne Danke also dann wollte ich noch Danke sagen an MrLPFreak99 der hat geschrieben, cool das feiert sich besonders viel, aber naja, egal dann hat er noch der Nuinator 328 geschrieben ähm, also ihr habt mich ja noch hey Jungs, ihr habt mich doch mal gefragt, ob ich mitmache und ja, es würde mich freuen, edit mich doch mal auf Skype ähm, das haben wir nie gefragt hast du dich auch so gefragt what the fuck, wer ist das? hab ich mir noch so gedacht komm mal mit ihm aber, ja klar, gerne ne, natürlich nicht ähm, also ähm, wir wissen gar nicht, wer du bist also ich wüsste nicht, dass wir dich mal gefragt haben vielleicht war das jetzt an Spieltrieb gerichtet aber dann müsstest du sie halt persönlich anschreiben, ne ich denke mal, jetzt ist es sowieso zu spät äh, aber naja naja Moment, ich geh noch eben ins Haus, weil ich brauch unbedingt Essen unbedingt ja, ich auch ich hab ein bisschen Fleisch dabei in drei Hühnchenkeulen und ja ähm, irgendwie bei 530 oder ja, irgendwo hier im Dschungel ja, ich hab's gefunden glaub ich nicht doch, jetzt ja, wer, wer war noch dabei? war es noch welche? oder war es auch noch? ja, warte, warte ich geh erst ins Haus, weil ich wollte hier nicht im Dunkeln draußen stehen und gleich von Skeletten gekillt werden ja, aber auf jeden Fall wegen, wegen Dings, ne weil er gefragt hat, hier, wir ob du von Spieltrieb bist und wir sollen mehr über uns reden also also ja, ich hab ja gesagt hab ich ja schon gesagt, was bei mir ist und jetzt bist du dran ja, also ich bin der Upshot ich bin, ähm alleine auf meinem Channel und ja, alleine bist du ja selten ja, das stimmt jetzt ich hatte erst ein Let's Play gestartet das hat mir aber dann später gar nicht mehr gefallen also von mir persönlich aus das Spiel ist halt irgendwie langweilig ich fand's am Anfang ziemlich cool aber ähm naja ähm sagen, wenn du nicht willst so auf Fall, wie ich denke, vielleicht schreiben sie mich auch halt oder wollen sie mich auch meinen persönlichen Namen anstellen auf jeden Fall, ich bin alleine auf und mein Channel und ja, vielleicht kommt irgendwann mal noch einer dazu maybe, maybe, ja genau hast du ja auch als mal, wenn du immer was gezockt hast, hast du ja noch da andere dabei gehabt ein paar haben mit reingebracht, bei Prince of Persia zum Beispiel zum Beispiel ich war auch mal dabei aber hast du es hochgeladen noch, das, wo ich mit dabei war? weiß ich gar nicht, weiß ich nicht hast du auch schon keine Durchmacht gehabt auf jeden Fall auf jeden Fall ähm noch einige Danke sagen wollte ich, ah Moment gucken wir noch mal hier, keine Danke sagen, aber hier mal eine Info ähm, der SnapWeb hat geschrieben, welches Textur-Pack das ist oh, also für die 1.4.2 also ich benutze das, äh, ne das, du musst sagen, weil ich bin, die sehen ja eh nur deine Sicht ja, das ist das von Hannibal ja, Hannibal, das obwohl, das war glaube ich die, äh, im ersten Video, war das im ersten Video? im ersten Video hatte ich das von auch von Hannibal von Janina Craft hatte ich das ach ne, Janina Craft, genau genau, und jetzt habe ich, seit dem neuen Update, das von Hannibal, das Antik welches? Antik? Also hast du genau das gleich wie ich ich dachte, du hast Klassik drin ne, da, das gab's irgendwie nicht, da gab's noch so komische Work und so'n Scheiß-Dreck und das sah irgendwie voll komisch aus, das weiß ich nicht das Antik sieht am besten aus ja, okay, ähm hatte ich jetzt jeden, Moment, ich guck noch mal kurz der Mr.Killer-Matze den, ähm, den kenne ich persönlich, das ist mein bester Freund, also im real life so der hilft uns auch fleißig hier so auf jeden Fall, ähm er hat geschrieben abschadig hier wird eingestellt werden und dann hab ich das mal gewonnen, einfach auch meine, meine hört sich das komisch an, also man denkt ja mal selber, die hört sich komisch an, ne auf jeden Fall, dankeschön, Matze ähm, gibt's sonst noch irgendwas zu sagen, zum sagen, oder zu sagen Moment, ich guck noch eben Spieltrieb LP, dankeschön das können wir in der letzten Folge machen wenn es die letzte Folge gibt das tun wir wirklich in der letzten Folge ja, wir wissen ja nicht, was die letzte Folge ist, das ist das Problem ja, ich, Folge 7 ach so, fuck wir wissen ja, wir wissen ja gar nicht, ob diese Folgen überhaupt schon rauskommen, weil ich glaub mal schon, aber ja, weiß keine Ahnung ja, klar ich guck noch mal kurz unter unserem zweiten Video, ob da noch irgendwas ist Funfaktor 12 hat geschrieben, the best, dankeschön dafür best dankeschön ähm, ich tot ich tot hat geschrieben wirklich geiles Video wahrscheinlich meint er mit Video Video ähm, dankeschön und dann hat der Bastian 2100 nee, ja doch, 2100 oder halt 2.100.000 geschrieben ihr seid so cool ihr hört drauf, was euch die Zuschauer sagen hä? konnten wir zwar jetzt im Part nicht, aber das werden wir, darauf geben wir jetzt auf jeden Fall ein ähm der Toast Games hat auch schon geschrieben wie im ersten Video ihr seid die Besten er ist echt cool ja, der ist cool der ist mir auf jeden Fall schon mal ins Herz gewachsen oh, der ist so nett der Super Smash hat wieder geschrieben ihr seid besser als Pewdsmeat die, ähm das, nee, die Folge kann doch noch gar nicht um sein, oder? nein Quatsch wir haben 37 haben wir angefangen ach so, ja, okay ähm ich wollte gerade sagen Junge auf jeden Fall, ähm hat Pew, äh Super Smasher 69 geschrieben ihr seid besser als Pewdsmeat Pewdsmeat oder Pewdsmeat oder sowas ich kann den Namen nicht aussprechen konnte ich was denn auch so die auch so let's play dann gött cordial und sowas ich weiß ich weiß und den Ball Dankeschön dann hat ihn die oder der Maja Star X3 geschrieben tolles Let's Play ich mag und ich hoffe ihr schafft habt ihr ein Abo, ihr macht wieder Video Dankeschön die Ehe ja um das Wasser von den das Video also für die Kommentare hier dann haben noch das Prozent die Partei ich mache jetzt gerade nur Danke sagen und er macht das Prozent Warte der Psycho Gamer 290 geschrieben ihr seid scheiße und und ich finde es nicht schlimm dass er das hat er schreibt aber ich möchte auch für die Begründung haben auf jeden Fall dann hat unser Freund der Wille McRae CSS der macht auch Clips von CSS und auf jeden Fall hat dann darauf geantwortet das regt mich schon wieder Prozent das regt mich schon wieder solche Leute könnten und war gar so spricht sich so gerne mal immer diese Idee Prozent das hätte ich sein Hersteller ehrlich ähm aber trotzdem Danke ne ähm der Romina oder die Romina 5201 hat geschrieben macht mal den Sound vom Game leiser dann hört man euch wenigstens beide Hä? ähm vielleicht finden die den Sound so laut hast du den schon leiser gemacht oder? ja kann ich jetzt machen dann bei den neuen Folgen ja mach das mal eben ja ich kann es dann ja später machen ach so voll ach so jetzt ja das Minecraft an sich ist ja nicht laut also ok ist ja nix nur Musik kann ich hier hat wieder der Obama kurzweilig macht Spaß euch zuzusehen weiter so ich weiß nicht was du mit kurzweilig meinst ich hab's gegoogelt kurzweilig heißt ähm also also interessant oder sowas also auf jeden fall was gut ist nix schlechtes echt? ja also das heißt nicht dass es nur auf kurze auf kurze Sache gut ist oder so sondern dass es für immer gut ist ach so Dankeschön Obama Tatsi du kommentierst auch ziemlich fleißig also bis jetzt hast du glaub ich unter jedes Video kommentiert finde ich echt cool ähm äh so mittig gebaut das muss ich ändern ah hier der Dorito LP hat geschrieben I love Big Bang Theory äh und dann hat der Famous Man 98 geschrieben und warum schreibst du das unter Minecraft LP T? auf jeden fall ähm wir haben in der Folge in der Folge 3 über Serien und so gesprochen das wüsstest du wenn du dir den Pfad anguckst ja ich hab's aber auch schon mal geschrieben glaube ich ja ich weiß ähm ja wir haben halt in der Folge darüber geredet also ich denke mal deswegen kommt das so und das war's auch schon für den Part ist unterpackt noch etwas zwei Kommentare bin der der Puppe er wird wieder bin der erste Aufruf wieder richtig geil geworden Dankeschön ach so ja genau das war jetzt heute ne ja genau da hast du auch schon drauf ne Antwort auf jeden fall vielen Dank ja dankeschön das war's auch schon für die ersten vier Folgen ich werde es auf jeden Fall noch weitermachen wenn ein paar andere Folgen raus sind oder wir weiter kommen und jetzt werde ich auch mal wieder was tun mehr Wolle irgendwo ähm oh mein Hund ist grad vor der Tür und freut sich eben wieder bereit Marco komm rein ich mach mal kurz die Tür auf wartet mal kurz Sticks machen dann will ich noch kurz da hat mein Vater den Hund schon wieder nach unten gelassen also ähm oh das Bild hier kann man die Bilder angucken hier oh das ist cool mit nem Kühlschrank guckste tu das mal an da ist ne Katze und nem Kühlschrank oh ooooh 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 das kann man wieder vorhangemachen wie nice ist das denn ooooh 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 ich würde mich mal fragen also mich würde es mal interessieren ob es so unter unseren zuschauen jetzt hier auf spieltrieb LP es ist ein spieler oder sonst was gibt oder generell welche die gerne Rollenspiele spielen weil ähm dann wird mich mal interessieren welches Rollenspiel am die am geilsten findet weil ich hab mal wieder richtig Bock auf ein neues und vielleicht ist da ja ein geiles dabei bestes free to player Rollenspiel ever ist live das stimmt ich ähm ich hatte letztens so losdruck dass ich mir einen eigenen Server machen wollte das hat aber nicht funktioniert weil irgendwas mit den files und so nicht gestimmt hat und wir konnten uns nicht einloggen live ist einfach gottlike das ist so gut da haben wir uns damals kennenlernen ja 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 das war cool da war ich irgendwie anders das war auf bloody live ne so im IP-Server da bin ich da so rumgelaufen mit meinem ehm tank und so neitspasti und keine ahnung und ihr wollt jetzt irgendwas machen was wollt ihr denn machen? Colosseum 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 genau Colosseum und hab den tank gesucht und hab mich gefragt und hab mich gedacht ja bin ich test gekommen und dann ja seitdem bist du immer wieder test ja cool da ist ein Zombie-Kontratur ich glaub ich hab die Schwierigkeit ziemlich hoch weil die können glaub ich die Türen kaputt machen ja passt schon egal ich wollt ein lass mal ihm schlafen gehen wenn es dunkel läuft ich glaub es ist nicht dunkel aber ja ok die können auch nicht so ein Bad Night passen weil ich wollt ein bisschen ähm angeln ich angle mal von hier oben weil da kommt grad ein Creeper hoch und aahhh also Creeper macht das Haus ein bisschen schöner oder genau der Regen äh boah wenn es regt dann leckt es richtig ja ich glaub wir müssen noch die Folge überenden oder warte mal wir haben wann haben wir angefangen was hab ich gesagt äh ja äh 37 37 also 3 ne 12 Minuten noch 3 Minuten oder? ja 3 Minuten noch hast du sicher das von 37 angebracht hast? ich glaub schon ja passt schon wir machen auch 2 Minuten oder so wahrscheinlich müssten wir jetzt auch noch länger aufnehmen für die nächste Dings da was Tür Tür nicht angegraben bisschen das ist ziemlich langweilig oh da hat glaub ich grad was angebissen nice oh doch nicht ja ja ein Fisch hab ich ich fände ich echt cool irgendwie wenn wir bei Spieltrip weiterkommen würden als wenn wir irgendwie da das bei machen können ja das wär echt cool so mit dem Flash Slot oder so oder mir würd auch nur der Minecraft Slot ja ganz ehrlich aber auf jeden Fall sehr cool ob wir dann auch wieder jeden Tag ein Minecraft Video raushauen müssen oder? ja klar denk ich schon oh das wird dann heftig oh das wird cool das wird auf jeden Fall cool ähm aber das könnten wir dann mit dem am Wochenende einfach immer 7 Folgen auf und passt das aber erstmal muss ich soweit kommen ne klar so soll ich hier hochkommen damit wir gleich die Folge beenden können können wir mal kannst du machen Moment ich habe noch eben ein Fisch kann ich den Regen aufmachen warte mach ich sofort nein ich mach schnell äh äh TO ich hab schon oh nein Slash Toggle Down was ist eigentlich ausgehen oh gleich alles ja es wird heller ja kommst du hoch warte 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 komm jetzt fisch komm her weiß an oder so ach fick dich ähm schönen Ausblick okay ähm komm m ich angel dich wicke ich angel dich ich hab dich geangelt Junge okay ah ich hab das Bild abgeangelt fuck lol mach's wieder hin ich hab's nicht im Inventar ich hab's lai das müssen wir noch hin machen nein nein tut mir sorry nein oh Halloween passt wir hatten gestern Halloween und ähm passt ja passt okay lass uns so auf das Bild schauen und die Folge beenden mit F1 mit F1 okay dann bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge tschüss